Als nächstes machen wir mit Marvin Step Aerobic, denn die Arbeit mit dem Podest braucht viele verschiedene Muskeln, Muskelgruppen und diese können in der Podestarbeit auch noch unterschiedlich arbeiten. Hier finden schon die ersten Trainingsschritte statt. Die Bauchmuskulatur wird schön gedehnt, der Rücken wird ganz lang gemacht und gedehnt und Marvin braucht mehr Kraft mit der Hinterhand, weil die Vorderhand jetzt erhöht steht. Hier kann man sehr schön sehen, welche Dehnung sein ganzer Rücken machen muss und die hintere Sitzbeinmuskulatur wird maximal gedehnt. Gleichzeitig sieht man, wie er so ein bisschen anfängt zu wackeln, das heißt auch seine Balance und seine Tiefenmuskulatur wird gestärkt in dieser Übung.